Servus Hans, hier bin ich. Grüß dich, packen wir es? Packen wir es? Hast du alles beieinander? Du, ein Schlägel. Ja, ein Schlägel brauchen wir. Ein Schlägel damit, ein Stempel damit. Ja, Luftbild habe ich. Super, bravo. Ich habe noch mitgebracht die Futtervielfaltbox und das Versuchshandtuch, dass wir alles ordentlich dokumentieren können. Fotoapparat hast du? Soll ich mit? Das brauchen wir heute alles. Dann packen wir es. Bei uns auf der Leiner Kuhalm, da wächst ein ganz besonderes Futter für unsere Kühe. Das schmeckt schon richtig in unserer Miele und in unserem Bergkäse. Die einzigartige Futterqualität, die wir da haben, wollen wir erhalten. Und da gehört natürlich die Vielfalt dazu. Die Kuhlern, Herdmarschieren, die Klöcklern. Aber unser Thema, der Fahne. Aber du bist ja heute da, dass du uns einmal aufklärst, wie wir den bekämpfen. Packst du einmal hernehmen, siehst du, was wir da fahren. Schau dir das einmal an. Wahnsinn. Und das ist wirklich alles der Adlerfahren. Der hat einfach nur einen Wedel außer und unter ihr ist das Rhizom. Das ist der Unterschied zum Wurmfahren. Wir werden jetzt gemeinsam einen Versuch einrichten und dann genau dokumentieren, was wir machen werden. Und das Gute bei dem Versuch ist nachher, dass man wirklich jedes Jahr schauen kann, wirkt die Maßnahme. Du musst das dann jedes Jahr fotografieren und dokumentieren. Ja, dann können wir es auch. Ja, machen wir es. Ich habe jetzt da die Futtervielfaltbox und da ist alles drin, was du zum Versuch einrichten brauchst. Und unter anderem gibt es da drinnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Schau, das ist die Anleitung. Ah, danke. So, erstens Maßnahmen wählen. Genau. Wir haben gesagt, wir werden eine Pflegemarkt machen, möglichst früh im Jahr. Und können wir hier auf der Fläche dann machen, oder? Das ist ein Südhang, das passt genau für uns. Zweitens Versuch einrichten. Wir müssen jetzt den Versuch einrichten. Das heißt, wir müssen den so markieren, dass du ihn jederzeit wiederfinden kannst. Zum Beispiel mit einem Hultstempel. Dann können wir loslegen, oder? Ja, passt. Machen wir. Passt. So, der erste Pfeiler ist gesetzt. Die Maßnahmen. Genau. Und jetzt müssen wir zehn Meter umgehen. Aha, zehn Meter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Grüße Sanne, jetzt haben wir die zwei Stempel. Unten nehmen wir einen Zaun her. Dann machen wir eine schöne Fläche da. Super. Und daneben die Fläche passt gleich als Referenz. Ah ja, genau. Auf der Fläche tust du keine Maßnahmen umsetzen, nichts machen. Damit man sieht, wie entwickelt sich die Fläche mit der Markt. Ja. Da steht, als nächstes müssen wir jetzt einen Fotostandort auswählen. Beim Fotostandort ist ganz wichtig, dass man den jedes Jahr wieder findet. Das heißt, wir nehmen einen Fotostandort, wo man die Maßnahmenfläche sieht. Und aber auch einen Fotostandort, wo man die Referenzfläche sieht. Damit du jedes Jahr dokumentieren kannst, wie hat sich die Fläche entwickelt. Die Maßnahmenfläche und dann die Referenzfläche, nicht? Ja, genau. Jawohl. Der Schöne am Projekt Futtervielfalt auf Almen ist, dass die Betriebe selber die Versuche anlegen und dokumentieren. So, jetzt müssen wir nur noch den Versuch aufschreiben. Ja, und dann kann man selbst so sein. Und dieses Wissen geben die Almbäuerinnen und Almbauern dann an andere Betriebe wieder weiter. Maßnahmen. Wir haben gesagt, dass wir machen, gell? Und dann tun wir es gleich im Luftbild auch noch einzeichnen, weil dann haben wir das gleich fertig verhaltet. Aha, okay. Genau, jetzt bitte einfach jedes Jahr umsetzen und dokumentieren. Und nicht vergessen, die Ergebnisse ans ÖKL schicken jedes Jahr. Machen wir. Insgesamt besteht unser Netzwerk jetzt schon aus 35 Almen und es wächst immer mehr. Und mich freut es als Ökologin, dass ich die Betriebe dabei begleiten darf. Dankeschön einmal für uns, gell? Ja, gerne. Dank dir. Dank dir. Dann können wir aber sein Haus dann auf. Ja, und dann schnappt es auch.